Alter, ich hab keine Zeit. Jetzt grad. Ja, mein Name ist der Asiate und das ist Backspin TV. Viel Spaß. Persönlich, guter Sound und gute Beats. Jawoll. Nein, eigentlich nicht. Es war eigentlich alles entspannt. Entspanntes Schreiben. Die Beats bekommen von Dirty Dasmo. Und dann geschrieben an ein Stück. Das ist alles raptechnisch auf einem Level. Und ich hab mich auf jeden Fall weiterentwickelt. Auch musikalischer ist es. Es wird auch einiges gesungen sein von mir. Und ja, die Umsetzung muss man halt selbst sehen, wie das den Leuten gefällt. Lass die reden. Den hab ich jetzt vor ne Woche rausgehauen. Mal München und Dortmund. Das wäre ideal. Mach mal was mit wem. Geh mal pumpen. Tätowier dich mal. Zeig mal deinen Schwanz. Sieh dich aus. Du musst dich richtig blamieren. Mach mal Realtalk. Schenk mir mal ne Mütze von dir. Da geht's halt darum. Das sind alles aus YouTube-Kommentaren oder allgemeinen Nachrichten der Fans eingebaute Kommentare, die ich da in den Text verfasst hab. Und ja, es ist halt so ne Mischung aus lustig und auch ernst. Sodass die Leute halt merken, okay, die können nicht alles machen mit den Künstlern. Ich hab das versucht jetzt nicht nur auf mich zu münzen, sondern auf die ganzen Künstler. Es geht ja jedem so. Ey mach mal das. Schenk mir mal ne Mütze. Komm mal hierher. Komm mal nach Dortmund. So halt die üblichen Sachen und einfach, dass die mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen das zu schätzen wissen. Das ist ein wichtiger Song. Der wichtigste Song ist auf jeden Fall. Der kommt am 7.3. auch raus. Reisende soll man nicht aufhalten. Es war schwer für dich in einem fremden Land. Fuß zu fassen. Hier fing ein neues Leben an. Damals warst du noch jung. Ein anderer Mann. Bis zu dem Tag erst auf einmal die Verantwortung kam. Kommt genau zu Release. Start raus. Und das ist für meinen Vater. Er hat jetzt Deutschland verlassen. Und ja, ziemlich persönlich. Muss man aber hören. Also kann ich jetzt schwer. Will ich noch nicht so viel erzählen. Ja, dann haben wir noch einen schönen Song. Alle hassen wir. Das kann doch nicht sein. Wegen schlechten Lines und nicht die Vergangenheit ein. Alle hassen wir. Langsam werd ich panisch verdammt. J.B.B.O.B.T. Ich drehe sie gar nicht erst dann. Denn alle hassen wir. Das ist ein Song, da sind auf jeden Fall einige bekanntere Battle-Rap-Part dabei. Und ja, bekanntere Gesichter. Da wird es auch ein Video dazu geben. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Song. Und der ist mir eigentlich auch ziemlich wichtig. Was ist bei der Bachelor in der Schule? Marshmallow Matters LP. Definitiv. Habe ich kein anderes Album so oft gehört. Nicht nur in meiner Kindheit. Sondern auch jetzt höre ich ja jetzt noch. Habe ich jetzt noch. Immer auf dem Handy und überall. Wie alt war ich da? Da war ich, keine Ahnung, 13? 13 oder so. und hab mir schnell das Geld gemobst von meiner Mama und dann habe ich mir die Platte gekauft. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch das beste, rundeste Album auf jeden Fall. Deutschrap oder Ami? Deutschrap. Weil, ja, ich kann damit mehr verbinden und ich habe ja so ein bisschen die Szene im Blick und verfolge das alles und bin auch ein großer Fan und das Ami-Zeug ist mir alles, also ich finde das natürlich so, dieses Gangsterhafte finde ich natürlich noch richtig geil, ich war ja auch ein paar Mal in Staaten, aber, also das ist natürlich ein Muss, aber so finde ich an sich, Deutschrap, kann ich mich mehr reinversetzen. Nike oder Adidas? Nike, definitiv, weil ich auch sehr viel Nike trage, deswegen. Cap oder gestylte Haare? Ja, also auf jeden Fall gestylte Haare. Nein, Quatsch, natürlich ein Cap. Ich bin natürlich ein Mützenfetischist, ganz klar, wie ihr mitbekommen habt. Ja, Spongeboss oder Patrick Bang. Ja, Spongeboss, weil er cool ist, also er, was heißt cool, er ist, er ist technisch krass, er ist ein guter Rapper. Bitte, nicht mehr so eine Fragen. Groupies oder feste Freundinnen? Feste Freundinnen, natürlich. Genau. Nächste Frage. Blond oder brunett? Blond. Beides, beides gut, beides sehr schön, bei asiatischen Frauen und so. VBT oder JBB? Ja, JBB mehr Kinder, VBT mehr Hater. Kartoffel oder Reis? Reis, ne ganz tödlich. Ne, 100 Prozent. Reis, Reis. Ich ess viel Reis. Ihr müsst Reis essen, Reis. Definitiv. So, ich male euch jetzt eine Unterschrift von mir. Ich bin nämlich ein alter Maler, wie man sieht. Ja, ich geb mir auch immer viel Mühe. Sieht doch gut aus, oder? Das war's. Blut und Kasse müsst ihr auschecken, ne? Bitches, seh mich im Video mit Sido. Fragen, bin ich das? Ganz großes Kino. Cinemax. Müsst ihr auschecken. Cooler Typ, so sieht's aus. Und kauft euch am 7.3. die Bis zum Morgen Crown EP. Die ist wunderschön geworden. Ich möchte euer Feedback hören. Dazu. Der Asiate. Backspin TV. Pfff.